heroes of the storm mit mir dem lieben schnell suche kälter las ist schon stufe 8 hochgesuchtet hochgepöllert kann man sagen und das ist sehr schön das macht spaß muss ich sagen so kann es weitergehen spiel über black win 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 kälter das geht ab kälter das geht ab ich hoffe dazu in der hellen liga auch abgeht mit dem dann freue ich mich schwarz herz bucht ok ihr wisst nicht was euch erwartet ich habe den schlag da und illidan das wird ein hartes leben für mich sage ich euch so wird hart ich habe den game marino an meiner seite aber ich glaube das wird hart ihr wisst nicht was euch erwartet seid ihr bereit mir wird langweilig so wir haben kerrigan ist der game marino kälters bin ich teiches sergent hermer moralis drei randoms gegen sylvanas lilly die karasim eliden des schlagte des schlagte so 321 ich bin dahin unterwegs ich bin zusätzlich nachdem wie man sie für sie sich nicht die einzige schlagte Z пред스�에도 in der bayern corolla s beuruftet zu schlagte der vergrüßte kassez waren sehr wenigeупräge w obb dans der bl poems haben wir wollen brav ON also dann angesichts haben wir starten 契 ok 3 gegen 4 4 3 gegen 4 3 4 4 4 4 Ja, okay. Drei gegen vier. Jo. Hammer und Morales haben sich gedacht, ach, wir machen hier unser eigenes Ding, ne? Z convictor. Das wird hart. Das wird richtig, richtig hart. Das wird richtig, richtig hart. Das wird richtig hart. Das wird richtig hart Zwei sind top Zwei sind bot Keiner in der Mitte Da läuft was schief Geist Wie sehen wir uns denn haben die? Oh, ein paar Ein Batzen Jo Das klappt ja gut mit euch zwei Hör mal Das klappt doch Das klappt Das hat geklappt Oh 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 Okay I'm coming up guys Nice Das war eine ausgezeichnete Heilung Es soll geschehen Okay GG Du wurdest wohl über die Planke entgegen. Ha, ha, ha. Ey, ich war... Ich hab ein Fail gemacht, oder was? Taike, stopp. Karrig im Bot. Und wir 3 gegen 5. Geht das? Hm. Schlecht, Junge. Wie oft muss man dem eigentlich warnen? Ja, Feuer frei! Ihr nichts nutzt im Feuer! Ja, 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 ja. Ouhu. Wow! Oh no! Oh no! Oh my gosh! Ich brauch mal nen richtigen Heal. Kill it! Nice! Ja! Abseh! Schön! Ich mein, unser Healer ist down gegangen, das war nicht cool, aber... Ah, das geht doch klar! Schön! Oh! 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 Flock mich nicht! Aaaaaaah! Nein! Schlag da hinter mir! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 No support, no win! Das wird hart, Gamerino. Das wird hart. Und schwer. Unhart, aber auch schwer und aber auch hart. Oh, der Bane-Train ist kommin. Oh ja, das ist doch schön. Okay. Oh, es geht mal schön still mit dem Dank. Eure Dublonen für meine Dienste. Ha, 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 ha. Ah, okay. So schlecht ist es, glaube ich, nicht. Gucken wir mal. Ist ja noch nicht verloren. Zwei Level hinten. No Lanes, no Win. Ihr wisst ja, wie er ist. Hallo. Ja, okay. Holen wir sie halt nicht. Komm. Brauchen wir ja nicht. Nicht so wichtig, ne? So. Taikis lässt uns wieder alleine in der Tropfsteinhöhle. Oh, ja. Okay, ich bin immer noch alleine in der Tropfsteinhöhle. Tausend Jahre Zeit gehabt hier, Alter. Oh, ich bin auch kein Fan von dem Hammer, ne? Ich bin da echt kein Fan von. Echt nicht. Der ist so slow und nie am Start. Ach, komm, ne. Ich schreib nix. Warum siegt der denn da unten, Junge? Auf der Botlane. Und warum geht Morales mit? Sind da zwei Kollegen oder was? Spielen die zusammen? Ja, komm, lass mal schnell Botlane hier zusammenlegen. Dann sollen die lieber hier in der Mitte beim Abgebepunkt siegen, Junge. Ja, oder nicht? Der platzt doch da eh nur. Und ist nie beim Teamfight in der Mitte dabei, Alter. Dann sind wir immer drei gegen fünf. Weil Morales und Tank auf der Botlane rumgammeln, ey. Alter, noch nicht mal den kriegen wir da unten. Ah, ansteckende Bombe. Jetzt ist hier Feierabend. Nö, du brauchst nicht in meinen Fiegel zu laufen. Warum auch? Könnte ja helfen. Ne? Könnte ja helfen. Und alles, was hilft, ist ja langweilig, ne, Guys? Alles, was hilft, ist langweilig. Da muss man rausgehen. Denn, äh, verlieren ist ja einfacher. Ich werde sie kein weiteres Mal unterschätzen. Sehr gut. Was wäre ein Pirat ohne Schätze? Ja. 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 Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Schön aufpassen, ihr habt gerade eine Festung verloren. Zeigt diesen heutigen Angriffen wie Piraten kämpfen. So soll es sein. Es soll geschehen. Du bist schwach. Begibt dich zu einem Helmholtz. Eure Zitatelle steht unter Besonder. Ach so, Morales hat Botlane-Mobs gemacht. Ach so. Ja, okay. Das ist natürlich auch wichtiger in dem Moment. Als Morales. Das ist klar. Ganz klarer Fall hier. Ach so, jetzt sind wir vier tot. Dann dachte ich, ach so, ja. Ach ja, da könnte man ja mal losgehen. Vielleicht hat der, der hat der das. Was ist das? Dass der alles 10, 10 Sekunden verzögert sieht. Oder alles 20 Sekunden verzögert. Vielleicht ist das bei dem so, ne? Man weiß es ja nicht. Das ist ein, ne? Das ist ja nicht ein, ne? Das ist ja nicht ein, ne? Das ist ja nicht ein, ne? Ich bin ein, ne? Aber jetzt aber zufrieden, die Kreisfeuerzieher der Augen! Alle pf Horizonten, Mario, die Schuhe, heizt, der, 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 der. Naja, was willst du tun? Kannst dir nichts tun. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns zur nächsten Episode wieder, ne? Tschüss.